Zwinge Pumptakzen! Also das nächste Mal bekommst du von mir einen Freundschaftspreis. Ahm, ganz schön. Du kannst wirklich einiges. Ja, und jetzt spüle ich ein bisschen mit meinem Prinz Pötze, wie war das? Der Pelz? Na gut. Aber jetzt muss ich dir schon sagen. Hab ich auch noch nie gesehen, so viel Pelz. Ja, aber super. Hm. Na ja, wird ja gleich gesagt, dass dir noch ein Schau gefallen wird, ne? Aber du brauchst ja nicht gleich so schreien, dass die Kiefer reinkommen. So laut war ich ja nicht. Hm. Was ist los? Ist das da noch jemanden, von dem ich nichts weiß und der kommt jetzt heim, oder was? Weil du müsst ja nicht nämlich ordentlich in die Kauschen hauen. Du bist einfach so stark. Ja. So, ich werde einmal kurz in die Küche gehen. Hol mal was zum Trinken. Hm. Hm. Okay. Wenn du jetzt schaffst, darfst du nicht mehr gerne rein mit, ne? Bei der Krieg. Ein guter Wasch. Und es wird ja Licht. Genug von Trink! Welch Du impairst �, concise aus? Bist Du Differenticoormel, würde ich jedenfalls nicht sagen. Ja ja ja. Wir hatten jetzt das Licht aufgedreht. Ich hab gehoert, du nimmst 200 da. Etwas aus, schaut mir an zu et! Schau her, du Hure. So, aber jetzt zeig ich dir, wie man verhandelt bei uns. Er liegt da! BAM BAM BAM! Warte, was machen wir? Bunk! Jetzt spürst du meinen Horten. Süß! Du bist noch immer mein Horten. Ich hab kein gewusst, dass schon ist ein Wormer! Schau schon verdammt geil aus, ich mein roten Bademantel, oder? Oder? Sag dir was! Hurensohn! Das ist scheiße auf dich und dein deppert noch auf dem Bademantelreder! Okay! Wenn du noch Horten hast! Das ist Spazistetter! Und daaaah! Ja, ist besser, wenn du mich nicht provozierst! Nein, nein! Wir gehen dir schnell am Ende! Hast du mich? Für mich nicht. Iεν, der U-Sinn! M collection. Istedema! ganz geh. Ja, hier mit, da unten. Oh, der Arsch. Da mach Platz. Platz ist machen. Hm, scheiß dich nicht auch. Ja, auch Verbot. Los mit ihm. Und? Ja, gar nicht. Ja, hau sie. Und, Kusch. Bam. So, da waren wir vorhin. Ähm, ja. Okay, was schau hast du denn so? Das ist so schlimm für mich. Das ist so schlimm für mich. Das ist so schlimm für mich. Ja, erst. Fuckin' nicht! Oh, ich da! Ich tu da nix auch. Erst leg dich aufs Bett und zehn Minuten einmal ist vergessen. Ich glaub, das wird nix mit uns. Das ist viel zu arg für mich. Na, geh! Wie für ein Blick auf mein Bett. Sie haut dich hier und geht schon. Erst, kannst du vergessen. Geist doch. Komm her. I've been really trying to... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017